Heute habe ich nur eine kurze Nachricht. Der heutige Videoblog wird wahrscheinlich eher kurz, denn erstens, ich habe neue Lampen. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus. Zweitens, ich habe Anfang des Jahres bei 1-2 Awards mitgemacht und siehe da... Aha! Bronze Award bei den Epson International Panorama Awards 2016. Man erkennt, dass das ein extrem hochrangiger Award ist daran, dass ich mir diese Urkunde selber ausdrucken musste. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass mein Island-Bild mit Bronze ausgezeichnet wurde. Wer es noch nicht gesehen hat, hier geht es zu meinem Island-Video. So, dann würde ich sagen, kommt das jetzt an die Wand. Ist okay, würde ich sagen. Morgen geht es in den Wald. Hoffentlich mit Nebel. Das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.